Ich anerkenne, Sie sind Experten des Status Quo. Aber Sie haben keine Ahnung von der Geschichte und Sie haben kein Bild von der Zukunft. Wissen Sie, worüber wir hier überhaupt diskutieren? Wir diskutieren über die Europäische Union! Happy Birthday to you! Aber was bitte ist ein Rettungsschirm? Einen Moment bitte, ich bin noch nicht fertig. Nie wieder ist ein Versprechen für die Ewigkeit. Ich arbeite in der Europäischen Kommission und mein Schwager arbeitet an der Zerstörung der Ewigkeit. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie sind Katzen in einer Box! Was wäre jetzt notwendig? Überwindung der Nationen, das hieße Krieg gegen die Kommission. Die Europäische Union muss eine Hauptstadt bauen. Brüssel hat Schwein! Wie soll es heißen? Wie soll es heißen? Wissen Sie, was ist eine große Strecke? Das war's für die Wissen.